Nachdenkseiten. Die kritische Website. Über den Schlagetod Verschwörungstheoretiker. Dargestellt am Beispiel Souveränität. Ein Artikel von Albrecht Müller. Die Nachdenkseitenmacher sind am 16. November mal wieder als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt worden. Einfach so, ohne Beleg. Nicht dank einer eigenen Recherche, sondern mit Berufung auf nicht genannte Dritte. Eine Rückfrage beim Autor der Rheinpfalz ergab, er beruft sich auf Äußerungen des früheren Mitherausgebers Lieb, die in einem im Schrifttext verlinkten Artikel zitiert werden. Beklagt wird beispielsweise, dass wir auf den Nachdenkseiten in Bezug auf manche Personen von sogenannten Einflussagenten sprechen und die CIA für sehr einflussreich auch hierzulande halten. Inhaltlich geht es dabei um die auf den Nachdenkseiten gelegentlich bezweifelte Souveränität unseres Landes. Auch bei meiner letzten Diskussionsveranstaltung am vergangenen Mittwoch bin ich danach gefragt worden, wie es um die Souveränität unseres Landes bestellt sei. Ich musste den zweifelnden Fragestellern Recht geben. Dass unser Land und seine Regierung nicht souverän sind, kann man an mehreren deutlichen Zeichen festmachen. Nehmen wir als Beispiel den Militärstützpunkt der USA in Rammstein. Bestimmen wir? Bestimmt unser Volk? Bestimmt die Bundesregierung? Was dort und von dort aus geschieht? Ist die Bundesregierung gefragt worden, ob der US-amerikanische Verteidigungsminister Kolleginnen und Kollegen aus aller Herren Länder nach Rammstein einladen darf, um dort potenzielle militärische Maßnahmen gegen Russland zu besprechen? Nein, wir und die Bundesregierung sind nicht gefragt worden. Es folgen Berichte und Texte, die das eindeutig belegen. Am 19. September 2023 erschien in der Rhein-Pfalz ein Bericht zur letzten Konferenz in Rammstein mit dem Titel Ukraine-Unterstützergruppe. Drei neue Verteidigungsminister auf der Airbase von Georg Alter. Zitat. In Rammstein hat am Morgen eine neue Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe begonnen. Dabei handelt es sich um Staaten, die die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen. Nicht alle diese Staaten gehören der NATO an, aber die meisten. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat wieder zu diesem Treffen auf dem US-Flughafen Airbase Rammstein geladen. Rund 50 Staaten sind der Einladung gefolgt. Die meisten werden durch ihre Verteidigungsminister vertreten. Neu in der Runde sind dabei die Minister aus der Ukraine, aus Großbritannien und Kanada. Denn in diesen drei Staaten hat es seit dem vorherigen Zusammenkommen von April einen Personalwechsel an der Spitze der Verteidigungsministerien eingegeben. Aus deutscher Sicht ist wichtig, Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich das Coronavirus eingefangen und kann an dem Treffen nicht teilnehmen. Deutschland wird an diesem Dienstag von Staatssekretärin Simtje Möller vertreten. Zitat Ende. Eingeladen hat also wie immer der US-amerikanische Verteidigungsminister. Der deutsche Minister ist krank gewesen und deshalb gar nicht dabei gewesen. Bei dieser Gelegenheit und wie auch bei anderen verfügen die USA über das deutsche Hoheitsgebiet. Das muss man dabei einfach wissen. Die US-Basis in Rammstein ist kein exterritoriales Gebiet. Außerdem wird, und das ist für alle Menschen, die wie ich im weiteren Umfeld dieser Militäreinrichtung leben, Rammstein im kriegerischen Ernstfall eines der ersten und bedeutendsten Ziele bei einem Gegenschlag aus dem Osten sein. Wir hier in der Pfalz sind im konkreten Fall mehr bedroht als die Bundesregierung in Berlin. Im Zusammenhang damit habe ich noch eine weitere interessante und für unser Thema einschlägige Entdeckung gemacht. In der Nähe von Rammstein, in Weilerbach bei Landstuhl, liegt das größte US-amerikanische Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Die noch nicht lange zurückliegende Entscheidung für den Bau dieses Militärkrankenhauses deutet darauf hin, dass sich die USA auf eine sehr lange Zeit darauf einrichten, hierzulande präsent zu bleiben. Außerdem, wir sind an der Entscheidung für dieses Krankenhaus nicht beteiligt worden. Allerdings an der Finanzierung schon. So gehört sich das für ein souveränes Land. Ausgesprochen interessant in diesem Kontext die Antwort auf eine kleine Anfrage einiger Bundestagsabgeordnete. Sie ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Beachten Sie bitte vor allem die zweite Frage und die Antwort darauf. Zitat. Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Paul Schäfer aus Köln, Christine Buchholz, Annette Groth, weitere Abgeordnete und der Fraktion Die Linke. Drucksache 17-7716. Neubau eines US-Militärkrankenhauses in Weilerbach. Vorbemerkung der Fragesteller. Für etwa 1,2 Milliarden US-Dollar will die US-Regierung bis 2018 auf dem ehemaligen US-Munitionsdepot bei Weilerbach ein neues Militärkrankenhaus bauen. Das nur wenige Kilometer entfernt gelegenen Landstuhl Regional Medical Center, das mit etwa 3000 Mitarbeitern größte Militärlazarett außerhalb der USA, soll geschlossen werden. Trotz der angekündigten Reduzierung der in Deutschland stationierten US-Truppen scheinen die USA nach wie vor die US Air Base Ramstein als wichtigste europäische Drehscheibe für den Lufttransport von US-Truppen ausbauen zu wollen und weiterhin größere Kapazitäten für die Versorgung auch von verwundeten US-Soldatinnen und Soldaten aus den angrenzenden Einsatzgebieten in Afrika und dem Nahen Osten bzw. Zentralasien aufrechterhalten zu wollen. Über die gemäß dem NATO-Truppenstatut, den Zusatzabkommen sowie den weiteren bilateralen deutsch-amerikanischen Vereinbarungen für die auf Bundesebene, auf Landesebene und in den Gemeinden anfallenden Risiken und Kosten, besteht nach wie vor Unklarheit. Erstens, wann wurde die Bundesregierung über die Planungen der US-Streitkräfte informiert, bei Weilerbach ein neues Militärkrankenhaus zu bauen? Antwort der Bundesregierung. Erste informelle mündliche Mitteilungen, dass die USA den Standort Weilerbach in Erwägung ziehen, erhielt die Bundesbauverwaltung in Rheinland-Pfalz Mitte 2009. Das erste offizielle Schreiben, in dem die USA den Bund mit der Durchführung der Baumaßnahme auf der Grundlage einer US-seitig noch zu schließenden Konzeptplanung nach den Auftragsbautengrundsätzen 1975 ABG 75 zum Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut ZA-NTS beauftragt, wurde dem Bund im Juli 2010 übermittelt. Frage 1.2. War die Bundesregierung in den Entscheidungsprozess der US-Streitkräfte für den Neubau eines Militärkrankenhauses eingebunden? Und wenn ja, wann hat sie aus welchen Gründen dem Neubau zugestimmt? Antwort der Bundesregierung. Nein. Zitat Ende kleiner Anfrage. Allein schon dieses Nein, also das Zugeständnis der Bundesregierung, dass sie nicht in den Entscheidungsprozess zum Bau eines zentralen Militärkrankenhauses der USA in Deutschland eingebunden wurde und auch nicht zustimmen oder ablehnen konnte, müsste jedem Zeitgenossen, der an die Souveränität unseres Landes glaubt, das Maul stopfen. Zumal wir an der Finanzierung des Projektes, an dessen Planung wir nicht beteiligt waren und der wir somit auch nicht zugestimmt haben, durchaus beteiligt werden. Mitbestimmen und mitentscheiden dürfen wir über die Nutzung unseres eigenen Landes nicht. Aber mitfinanzieren dürfen wir. Wer bezahlt das US-Krankenhaus? Am 8. Juni 2022 sagte Göbel, laut NATO-Truppenstatut übernehmen die USA die Baukosten von 859 Millionen Euro für die Klinik. Der Bund beteiligt sich mit 151 Millionen Euro an den Planungskosten. Die zuvor skizzierte Beschränkung der Souveränität unseres Landes, im konkreten Fall der Airbase Rammstein und des Militärkrankenhauses in Weilerbach, sind ja geradezu harmlos im Vergleich zu der sonstigen Einflussnahme auf die deutsche Politik. Auf diese Fälle will ich mit ein paar kurzen Stichworten hinweisen. Erstens. Die USA haben weitgehend mitgeprägt und mitbestimmt, dass Deutschland entgegen der ursprünglichen Zurückhaltung seit 1999 an militärischen Interventionen außerhalb des NATO-Bereiches mitmacht. Wichtige politische Kräfte wie die SPD, die Grünen und die Linkspartei waren programmatisch unmittelbar nach 1990 darauf aus, die Zusammenarbeit in Europa, auch mit Russland, von Lissabon bis Wladivostok, wie es hieß, anzustreben. Das Berliner Programm der SPD vom Dezember 89 zum Beispiel legte sich auf diese friedenspolitische Konzeption fest. Danach allerdings sind wir alle umgedreht worden, auch mit Hilfe von sogenannten Einflussagenten. Ich habe mehrere von dieser Sorte während meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag und in der SPD-Bundesfraktion konkret erlebt. Zweitens. Die USA bestimmen zu einem beachtlichen Teil bei der inneren Entwicklung unserer Parteien mit. Bevor sie jetzt gleich in Zweifel verfallen und protestieren, würde ich dazu raten, dass sie sich in die Rolle der immer noch vorherrschenden Weltmacht versetzen. Versetzen sie sich einfach mal in die Lage des US-amerikanischen Präsidenten oder des Chefs der CIA. Dann würden sie doch selbstverständlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anweisen, dafür zu sorgen, dass in allen wichtigen Partnerländern Kräfte zum Zuge kommen, die mit den USA freundschaftlich verbunden sind. Diese Maßgabe, diese Vorsichtsmaßnahme ist doch das selbstverständlichste von der Welt. Selbstverständlich gibt es viele Bereiche der Politik, insbesondere in der Innenpolitik, die vom gewählten Parlament und der Bundesregierung auch ohne Einfluss der Alliierten gestaltet werden können. Die Aufgabe der Souveränität zielt vor allem auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Ich muss aber leider ergänzen, dass auch in der Gesellschaftspolitik Einflüsse von außen spürbar sind. Auf die Gestaltung unseres Altersvorsorgesystems wird zum Beispiel immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen. Auch auf Privatisierung bisher öffentlicher Leistungen wird Druck ausgeübt. Die neoliberale Ideologie ist in den Nullerjahren nicht ohne Druck und Einfluss von außen bei uns implementiert worden. Aber es gilt, dass es in der Außen- und Sicherheitspolitik einen sichtbaren, schlimmeren Mangel an Souveränität gibt. Langer Rede, kurzer Sinn. Wer davon ausgeht, dass in unserem Land in vielen wichtigen politischen Bereichen Einflussagenten tätig sind, der ist kein Verschwörungstheoretik, sondern er ist ein Realist. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.